Interiocut Powered by Vectorworks beinhaltet umfangreiche Häfele-Beschlagsbibliotheken. Darunter befinden sich, wie wir bei diesem Einbauschrank hier sehr schön sehen können, beispielsweise Häfele-Metaller-Bänder und Montageplatten für alle Anschlagssituationen. Zudem sind auch Schubkastensysteme in den Interiocut enthalten. Das heißt sowohl Auszüge für Holzschubkästen als auch Systemschubkästen wie zum Beispiel Häfele-Matrixboxen samt Relingstangen und weiterem Zubehör. Häfele-Klappensysteme sind ebenfalls in den Interiocut integriert. Dazu gehören Hebe-, Schwenk- und Hochliftsysteme und auch Hochfalzsysteme und alle anderen Systeme. Für die Aufhängung von Schränken sind auch Schrankaufhänger enthalten. Schienen, wie hier zu sehen, passen sich vollautomatisch auf die Korpusbreite an. Ebenfalls Bestandteil sind Scharniere für unten angeschlagene Klappen. Mit passendem Zubehör, wie beispielsweise Häfele-Duo-Standard oder auch Duo-Pforte-Klappenhaltern. Die Interiocut-Bibliothek beinhaltet auch Schiebetürsysteme, wie etwa das flächenbündige Häfele-Slido-F-Flush für unterschiedliche Korpusbreiten. Beschläge können innerhalb von Interiocut individuell passend für jede Situation platziert werden. Für wiederkehrende Konstruktionen können zeitsparende Sets und fertige Konfigurationen verwendet werden. Abgesehen von einem leistungsstarken Korpusgenerator bietet Interiocut auch eine beeindruckende Freiteilkonstruktion, bei der Beschläge, wie hier zum Beispiel ein Clamex, auch an freien 3D-Bauteilen platziert werden können. Bei der Platzierung von Bändern werden automatisch nur die zur jeweiligen Anschlagssituation passenden Montageplatten vorgeschlagen. Schubkästen stehen nur in der Höhe und Länge zur Auswahl, die tatsächlich in das gewählte Fach hineinpassen. Topfbänder reagieren dynamisch auf unterschiedliche Türhöhen. Je höher die Tür, desto mehr Bänder, auch wenn die Höhe sich erst nachträglich ändert. Genauso passen sich Schubkästen automatisch an, wenn ein Schrank breiter oder schmaler wird. Auch freie Objekte erzeugen beim Platzieren die nötigen Bearbeitungen. Das geht zum Beispiel mit Lüftungsgittern, Kochfeldern und Spülen oder wie hier zu sehen mit Kabeldurchlässen oder auch vielen anderen Dingen. Für die Schrankbeleuchtung sind Häfele Einbaustrahler, Unterbaustrahler und LED-Bänder nebst Profilen und Abdeckleisten in der Bibliothek enthalten. Dabei kann jedes LED-Band mit jedem passenden Profil beliebig kombiniert und zwischen den unterschiedlichen Lichtfarben gewählt werden. Eine 2D-Bauteilableitung bemaßt alle Bauteile automatisch und hilft bei der Fertigung mit Standardmaschinen. Und damit sofort produziert werden kann, kommen beim CNC-Export alle Bearbeitungen wie Bohrungen, Taschen, Nuten, Felze, Ausschnitte usw. fertig auf der Maschine an. Auch Zuschnittlisten können in allen möglichen Formaten erzeugt werden. Zudem sind für die Materialbestellung und Kalkulation auch Artikelnummern und Preise hinterlegt. Zudem sind für die Software-Foundstelle geholfen. Zudem sind für die Praxis lebt, die sich nicht aktiviert und geholfen. Zudem sind für die Verteilung. Zudem sind für die Isra und Worte-Foundstelle geholfen. Zudem sind für die Paktion auch Artikel in parallel. Zudem ist für die Möglichkeit der Manuszeit zu vermitteln. Zudem sind für die Musik zu bezogen. Zudem sind für die Musik zu vermitteln. Zudem ist für die Dose-Bänder. Zudem ist für die manipulategerische Schrank, überprüche. Zudem sind für die neue Welt-Foundstelle. Zudem ist für die Begeleuchtung. Zum einen für sieht, wenn es diese Schrank-Kalkulation,